Hallo liebe Schnitzels und herzlich willkommen zurück zu Risen Episode 3 So, wir haben diese Hütte jetzt hinter uns, die Sarah, äh Sarah sag ich, die Edeltraut wartet da unten, falls ihr einen besseren Namen habt für diese Tussi, dann schreibt es mir in die Kommentare, wäre sehr cool Und wir gehen jetzt da mal hoch und schauen, was da oben alles ist Das sieht so aus, als wäre da hinten was Hallo? Ist da hinten die versteckte goldene Waffe? Oh Ein Mana-Pilz Korb Ich will immer rein mit Shift, dann geht er uiuiui Geht aber langsamer Komm Oh Ich treib dich in die Enge BÄM Oh Da war noch ne Pflanze Uuuh Für das, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist, finde ich sieht es echt schön aus Ich finde schon Es gibt so viel zu entdecken Und zu sammeln, liebe Freund Ey, ey, der springt vorbei Huah Und er springt so geil, ey Wie ein kleiner Gottsgang springt er Ich muss es noch probieren, man kann mit rechter Maus das ja einmal tippen, das ist dann auch irgendwie kontern Muss ich auch mal probieren, wie es das gibt Truinen, irgendwas Das ist ne Kiste Oh 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 Reiselust, lol Was ist ne Reiselust Eine lange Reise ist eine Erfahrung für das ganze, für das ganze Leben Erfahrung plus 10 Oha Ja Maximale Lebensenergie plus 1 Lol Das ist ja geil Was ist das? Lebensenergie So Ja, wer, wer, wer lesen tut Geschicklichkeit plus 1 Der ist klar ein Vorteil, ne Okay, das heißt Alles C Ja Wir sind noch Stufe 1 Haben wir jetzt mehr Leben? 94, okay Cool, cool, cool Jetzt tun wir schon was essen Noch was essen Perfekt Was ist denn das für ein Tempel, ey? Oh Ruhe in Frieden Ruhe in Frieden, mein Freund Kleiner Schild Kleiner Schild Kleiner Schild Äh Kleiner Schild Leust das, geil Zwei Zwei Alter Was schreit da so Lul Schwache magische Hild Ja, immer alles genau angucken, liebe Freunde Und ich will alles angucken Alter Schwede So ein Bogen oder so, wäre mal geil Ach du heilige Wow Wow Krabmatte Flügelstaub Alter, aber die hören sich hässlich ane Okay Gehen weiter Da hinten waren auch zwei Aber die greifen schon mal zweimal hintereinander an Komm Komm Oh scheiße Komm doch Alter, dreimal Gehen Okay, die gehen Weil manche Treffen sich trotzdem Obwohl ich mich verteidige Vielleicht habe ich einfach noch zu wenig Verteidigung Das kann auch sein Wir sind nur noch ganz am Anfang Aber es ist mir geil, dass wir ein Schild gefunden haben Das taugt mir richtig Das taugt mir, das taugt mir Okay, hier gehts hoch Da gehen wir aber später hoch wahrscheinlich Da gehts auch weiter Uiuiui Da ist wieder ein Stachylyrosaurus Ist da hinten auch noch was? Ah, da ist nichts mehr Okay Komm her, Bob Ich habe deine Brüder schon zerschnitten Jawohl Beere Pilz Das brauchen wir sicher Später für irgendwas Zaubertränke braun Oder Heiltränke Oder verkaufen Oder irgend sowas Ganz bestimmt Ich gucke noch mal schnell durch Waffen Ja, haben wir eh die stärkste oder was? Schild Termino 1 Alchemie Rot Das sind ja alles normal, oder? Ja Okay Okay Erstmal mal ein paar Pilze Okay, dann gehen wir mal in dein Tempel rein, hm? Boa 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 Woa Was hatte ich für Glück grad Scheiße, also seh ich ja nix. Was ist da? Nee, jetzt. Wollen wir wieder aufheben? Alter! Achso, ich kann nicht sagen, aufheben mit der Fackel. Okay, das ist cool. Aha, so wie es aussieht. Oder gibt es hier einen Hebel, den ich sehe? Ich glaube, wir müssen da durchfallen. Hebel sehe ich jetzt keinen. Jetzt haben wir wieder erschrocken. Okay! Oha, schwere Druhe. Fackel, Wein, Geld. Nichts. Okay. Ist noch nicht wohl. Fackel, Wasser. Keine Warte mehr. Na ja. Minze. Sonst ist ja nix, ne? Hier können wir mal aufmachen. Abenteuer. 10 EP. Okay. Na. Okay. Die erste Ruine. Ammer gemeistert. Nice, nice. Wuhu. 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 Skiller. On board. Nice. Haben wir ja super gemacht. So. Nice, nice. So, jetzt essen wir trotzdem mal die Kleinigkeiten hier weg. Weil jetzt haben wir echt viel Sachen. Magie. Schwache Magische Heilung. Heilung. Soll ich noch mal sagen? Ja. Die Schriftstücke haben wir noch nicht. So, jetzt können wir irgendwas essen. Zum Pilz essen wir wieder. Äh, Manna, 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 Manna. G20 ist viel. Oh. Okay. Gut, gut, gut. Gehen wir mal da hoch. Ah, eine Beere. Der ist mir noch. Die geile Beere. Achso, ich bring Manna. Okay. Okay. Wow. Oh. Ein Haus. Da wer Gutes drin ist? Hm. Ja, und was in diesem Haus ist, ob was Gutes oder Böses drin liegt, das sehen wir in der nächsten Folge. Haut rein, liebe Schnetzels. Haut rein, euer Phil. Bye, bye. Tschüss.